Bei einer Einschränkung der Gehfähigkeit nach Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Querschnittssyndrom oder im Rahmen einer anderen Schädigung des zentralen oder periferen Nervensystems ist insbesondere eines wichtig, wieder zu laufen. Daher nutzen wir im NIB Köln für das Training unserer Patienten neben bewährten Therapieverfahren aus Physiotherapie, Ergotherapie und Sportwissenschaft das Gangtraining am Lokomat. Durch ein hochmodernes, robotikgestütztes Führungssystem lässt sich auch bei schwer Gehbeeinträchtigten Betroffenen ein Gangtraining auf den eigenen Beinen durchführen. Gleichzeitig erfassen Präzisionssensoren die aktive Mithilfe des Trainierenden. Eine optische Darstellung der Aktivität am Monitor liefert zusätzliche Motivation für den Trainierenden. Ich benutze das Training im Lokomaten, weil ich einen Schlaganfall gehabt habe und weil ich jetzt im zweiten Jahr bin und die Hoffnung habe, wieder laufen zu können. Und ich denke, es geht am besten. Es ist für mich ein totales, tolles Erlebnis gewesen, wieder aufrecht zu stehen im Lokomat. Grundvoraussetzung für ein optimales Trainingsprogramm ist die Durchführung einer genauen Gang- oder Funktionsanalyse vor der Therapiemaßnahme im Lokomat. Im NIB nutzen wir hierzu videogestützte Bewegungsanalysen und spezielle Muskelfunktionstests. Diese liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wo die Kernursachen für die G-Einschränkung liegen. Für ein Höchstmaß an Effizienz unserer Therapie stimmen sich im NIB neurologische Fachärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Sportwissenschaftler ab. Das Training im Lokomat ist also ein wichtiger Baustein, um die Betroffenen wieder auf die eigenen Beine zu bringen. Meine Aufgabe als Therapeut ist es, ganz zielgerichtet das zu fördern, was der Patient auch wirklich benötigt. Und Robotik- und gerätegestützte Therapieverfahren wie der Lokomat ermöglichen, das so anzupassen, dass der Patient nicht über- und nicht unterfordert wird. Und genau das ist das, was das Training so effektiv macht. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Wiederholungszahlen. Das heißt, der Patient arbeitet ganz, ganz intensiv an den noch eingeschränkten Funktionen. Und das ist das, was Robotik- und gerätegestützte Therapieverfahren ausmacht und wie wir sie einsetzen. Das Lokomattraining fordert mich sehr, da ich ein großes Feedback in meinen Beinen bekomme, ein Ziehen, ein Kribbeln, dass ich dadurch endlich wieder laufen kann, die Bewegungen in meinem Kopf bekomme, die Abläufe wieder so hinbekomme, wie sie eigentlich sein sollten. Dadurch kann ich mich endlich mal wieder auspowern und merke, dass es mir gut tut. Mit Hilfe der Physiotherapeuten und Ergotherapeuten wird das Lokomattraining, sobald ein paar Schritte eigenständig möglich sind, zusätzlich durch Übungen auf dem Laufband und mit Übungen zu Herausforderungen im Alltag ergänzt. Genau diese Kombination aus moderner Technologie, hoher Fachkompetenz der Therapeuten und präziser Trainingssteuerung macht uns, das NIB, als Fachzentrum für ambulante neurologische Therapie aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020